Applaus, meine Damen und Herren, für die Profis, für die Fahrer jetzt hier, die Jungs. Das Team Hermann kommt jetzt zu uns. Wir wünschen Ihnen alles Gute bei dem heutigen Renn hier, bei den optimalen Bedingungen. Ich hoffe, alle kommen ins Ziel. Auf Team Sky! Hallo! Die Fachklinik Dr. Herzog ist jetzt da mit dem Team. Und die Jungslokal-Watador, die aus der Gegend hier kommen, die auch spielen. Dankeschön und euch viel Glück heute auch bei diesem Rennen natürlich. Für die Fahrer jetzt hier, die Jungs 200 mit 228 Städte. Ja, sehr lange Distanz. Grüß dich mit dabei, Jonas Frutsch, der deutsche Vizemeister U21. Und schauen Sie in die Gesichter. Die haben jetzt über 220 Kilometer noch vor sich, weil die Temperaturen kommt. Applaus Grüß dich mit dabei, Jonas Frutsch. Grüß dich mit dabei, Jonas Frutsch. Grüß dich mit dabei, Jonas Frutsch.